Filler for Face Filler for Face wurde im Rahmen unserer Kliniktätigkeit entwickelt. Filler for Face enthält ein Extrakt aus dem Harz der indischen Mürre. Dieser Extrakt kann Falten auffüllen und glätten. Selbst tiefere Falten können geglättet werden. Ein Stammzellenextrakt aus dem Arganbaum wirkt regenerierend und aktivierend auf müde Haut. Die Kliniktätigkeit ist eine große Herausforderung. Der Kliniktätigkeit ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020